Das Swiss Olympic Medical Center Macklingen im Gebäude Lerchenplatz bietet optimale Voraussetzungen für die medizinische Betreuung von Spitzenathletinnen und leistungsorientierten Sportlern. Vor Ort steht ein Team aus Sportmedizinerinnen und Sportmedizinern verschiedener Fachrichtungen zur Verfügung. Gleichzeitig arbeitet das Swiss Olympic Medical Center bei der Diagnose und Behandlung von Verletzungen oder Überlastungen des Bewegungsapparates mit der angegliederten Abteilung für Sportphysiotherapie zusammen. In enger Zusammenarbeit mit externen Fachspezialisten und Ernährungsberaterinnen kann so eine umfassende Versorgung der Athletinnen und Athleten geboten werden. Durch die räumliche Nähe zu anderen Abteilungen wie der Sportpsychologie, den Trainingswissenschaften oder der Leistungsphysiologie finden die Athletinnen und Athleten gute Bedingungen für eine effiziente, multidisziplinäre Betreuung vor. Für die Diagnose von Erkrankungen oder Verletzungen stehen je ein modernes Ultraschallgerät und ein digitales Röntgengerät bereit. Die Ultraschalluntersuchung ermöglicht oft eine rasche, nichtinvasive Diagnosestellung und liefert bei Folgeuntersuchungen wertvolle Informationen über den Heilungsprozess. In bestimmten Fällen können Verletzungen oder Überlastungsschäden des Bewegungsapparates mit Ultraschallgesteuerten Injektionen bzw. Punktionen behandelt werden. Eine sehr wichtige Rolle in der Sportmedizin spielt die Prävention von Verletzungen und Spätschäden im Sport. Im Swiss Olympic Medical Center in Macklingen werden jährlich gegen 200 sportmedizinische Untersuchungen zur Früherkennung solcher Schäden durchgeführt und entsprechende präventive Maßnahmen eingeleitet. Auch Blutuntersuchungen, Elektrokardiogramme und Lungenfunktionstests können vor Ort durchgeführt und ausgewertet werden. In den letzten Jahren sind vermehrt die spezifischen Bedürfnisse der Frau im Spitzensport in den Fokus der Sportmedizin gerückt. Seit 2023 wird deshalb eine Spezialsprechstunde für Sportgynekologie und gynäkologische Endokrinologie für Sportlerinnen angeboten. Neben der Leistungsoptimierung geht es in dieser Sprechstunde um Gesundheitsaspekte der Frau im Sport. Das Swiss Olympic Medical Center Macklingen, ein modernes medizinisches Zentrum, bei dem die individuellen Bedürfnisse der Athletinnen und Athleten stets im Mittelpunkt stehen. Vielen Dank. Vielen Dank.